Die Entdeckung des Noble Teams heute Nacht war keine Anomalie. Große Allianz-Einsätze wurden nicht registriert. Und jetzt werden wir auf dem Vieri-Territorium angegriffen, samt orbitaler Verteidigung. Wir befolgen den Notfallplan Winter und kontern an allen Fronten. Das Noble Team hat außerdem hochentwickelte Tarnvorrichtungen der Allianz entdeckt. Und eine mögliche Landezone für weitere Allianz-Einheiten lokalisiert. Deren Ursprung ist noch unklar. Die Landezone wurde vom UNSZ als viel höchster Prioritätwerk gestuft. Die Zündung wartet nur auf uns. Verstanden. Visiere den Pylonen an. Detonation in drei, zwei... Achtung! Haltet euch lieber fest! Sechs! Hörst du mich? Sechs! Alles okay? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bin auf dem See. Ich muss die Mauter ausbauen. Ach, Leute. Ich vergesse sie manchmal. Ich muss die Mauter ausbauen. Da würde ich es gerne anhanden. Okay. Ja. Das ist schön, wenn ich aufnehme. Ich schieße mir ein bisschen, ja. Ich weiß ja nicht, wie es ist. Aber ich werde mal schaden, die Kommentare. Ich zeige euch gleich alles hier. Das ist voll zur Sache. Schöne Hochladen. Achtung, Kat. Der MND hat zwei feindliche Flax südwestlich deiner Position ausgemacht. Verstanden, Commander. Neue Ziele, Sechs. Schalte die Flax aus. Sechs. Die Flax sollte in Sichtweite sein. Zwolima 4 an Noble 1. Die Kanonen schießen Hochrohreplasmagranaten auf uns. Ein Schlag der Fregatte Grafman. Kommt daher auch nicht in Frage. Diesem haben wir. Der MND hat euch in Sicht geöffnet. Der MND hat euch schonmal geöffnet. Der MND hat euch das nicht geöffnet. Der MND hat euch geöffnet. Der MND hat euch geöffnet. Was ist das? Was ist das passiert? See you, Nix! Neue Info 6. Normale Waffen haben keinen Effekt auf die Flags. Sie sollten die Inhaltsschutzzellen neutralisieren, Notellen. Annipern, Uda! Uda! Wir werden anders... Reise. Auch eine Knüfte. Und hier waren wir. Reise. Reise. Was muss ich tun? Hier, was muss ich tun? Alle Waffen haben keinen Effekt. Scheiße, schießt halt unsere Leute weg. Geh, 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 geh. Neutralisieren, ja aber wie? Neutralisieren, ja aber wie? Neutralisieren, ja. Was soll der Schwachpunkt geben? Jaaaa... Hier liegen noch Granaten. Die Frage ist, ob das mit den Granaten... Zentrale 2 Lima 4. Erlaubnisbombardement zu starten. Kurs auf 224,6. Over. Sehr gut, 6. UNSC Luftunterstützung. Der Lufthorn ist frei. Verstanden, 2 Lima 4. Erlaubnis für 224,6 erteilt. Aus. Geil. Sechs, nimm die Südstraße und verschaff dir einen besseren Glück auf die Kuppel. Ich bin am Punkt. Okay. Sechs, Perlingons in portabler Brücke kommt. Geh auf die Südwestseite, wenn sie in Position ist. Brücke in Position 6. Geh weiter Richtung Kuppel. Wacht! Wacht bereit! Wacht! Steig los! Untertitelung des ZDF, 2020 Shit, den Gala ist übergefahren. Shit, den Gala ist übergefahren. Verstanden. Wacht auf neue Infos. Zieht euch dort um. Warte raus. Okay. Noble 6, überquer die Brücke. Geh zu den Allianz-Gruppeln. Noble 6, in deiner Nähe ist eine Bergbauanlage, die die Allianz als Kommandostation nutzt. Die Soldaten dort haben bereits angegriffen. Geh zu den Pass die sie leute Ich könnte die mitnehmen und die mitnehmen. Hier. Ach Scheiße, ne? Wer haben wir denn hier? 21? 28? Neue Information. Verbündete nahe der Allianzstation haben ein hochrangiges Ziel gesichtet. Einen Celoten. Einen Celot? Da haben wir es mit etwas großem zu tun, Commander. Augen auf Ziel, Nobel. Erledige den Celoten, falls es sich ergibt, aber geh weiter zu den Koppeln. Erledige den Koppeln. Was ich hier zum nächsten Mal? Sieh mir nicht. Sixierot! Das war's für heute. Das war's für heute. Logramm. Ruhe. Ruhe. Attack. Shut up, buddy. I can't resume. Who's there? Hit you. Who's there? Who's there? More does it ever shoot me. Ha, 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 ha. Oh, boy! I can't breathe. I can't breathe. Hochrangiges Ziel neutralisiert. Beeindruckend, Sex. Beeindruckend, Sex. Anlage gesichert, setz. Freigabe zum Vorrücken. Machschuh. A96, die hat 100, das ist aber eine Raketenanlage, ja dann haben wir die mit. Jo, haben wir natürlich die Panzer. Was ist das? 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 Das ist das? Das ist doch. Ich will nur nicht gleich wieder verlieren, das Ding. Boah, scheint fest. Das war mir so klar. Nein! Ihr Schweine! Jezu! Nein! Hatsch! Wir haben unsere Dinge noch. Amelion, der Stuttgart war auch gut. Amelion, der Stuttgart war. 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 Auf dem Canyon, direkt voraus. Amelion, der Stuttgart war. Amelion, der Stuttgart war. Wir müssen da rein. Die Crew ist tot. Die Crew ist tot. Weg hier. Empfange überall Feindsignale. Wir müssen los. Kommander, haben die Kuppel im Visier. Ich werde beschossen. Feuer! Feuer! Oh mein Gott! Feuer! 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 Ich stehe unter den Schuss! Oh, bitte schön, schießen wir. Hmph. Das ist getarnt, der Arsch. So, wieder weglegen. Ja, okay. Nobel 5, der Ende nähe die Kuppel für Teleportationskuppel. Teleporter? Wohin denn? Die Grafton ist bereit, die Kuppel zu zerstören. Aber erst muss der Schild abgeschaltet sein. Verstanden. Seth, ich halte diese Schweine auf. Schaffe es irgendwie auf die Kuppel. Ich halte diese Schweine auf. Ja, ich halte das. Das ist gut. Ich bin weg. 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 Nein, Mann. So wie am Unikrum. Wow. Eine Fregatte wird die Kuppel strengen, sobald der Schild aus ist. Lieutenant, Schild ausschalten und verschwinden. Mach doch schon, ich mach doch schon. Hol uns hier raus. Zentrale, Nobel 1 hier. Kuppel 1 okay. Ihr könnt angreifen. Schönen Tag noch. Verstanden, Nobel 1. An alle Bodeneinheiten. Fregatte 3 1 8 kommt. Und MAP-Projektile wurden autorisiert. MAP-Munition mit der Atmosphäre. So bekommt man auch Aufmerksamkeit. Gut festhalten, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist die Fregatte Kraften? Hören Sie mich? Die Kraften sind stark. Wir müssen hier weg. Schnell! Untertitelung des ZDF, 2020